Hier gibt es das leckere Mittagessen, das zeige ich euch jetzt noch kurz, vom Robinson. Das ist mit eines der besten Essen, was es so gibt, von den Rucks, ja. Hier gibt es frische Pizza, Nudeln, ab Schädig, alles was das herzt und lauter solche nette Trollen. Hier wird der Tocht, der Tocht, der Tocht, hier müssen wir alle mitarbeiten. Mh, jetzt gibt es hier leckeres, ein bisschen Käse. Hier gibt es Suppe. Sieht sich da nicht. Hier gibt es ein bisschen Fisch. Mh. Hier gibt es ein bisschen Fisch. Mh. Hier gibt es ein bisschen Fisch. Mh. 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 Ein bisschen Käse, da drüben gibt es die Software, da kann man sich alles nehmen, was man macht.